Hallo. Hallo. Wie heißt du? Ich heiße Arseni Tatao. Was hast du heute mitgebracht? Ich habe meinen Teddy mitgebracht. Wie heißt er? Sebastian. Ist er wichtig oder wann hast du ihn bekommen? Ich hätte ihn bekommen, weil mein Bruder ihn mir geschenkt hat. Und an wie viel Jahrhalt warst du? So sechs. Hat er auch ein Alter? Ja. Wie viel? Drei. Mit was verbindet er dich? Er verbindet mich mit Freundschaft und er ist sozusagen mein Lieblingstier. Und hast du dir etwas im Museum ausgesucht, was du dazu hast? Ja, das Meerschweinchen. Es ist auch süß wie mein Teddy und süß wie das Meerschweinchen. Und wie hast du den bekommen? Hast du den einfach so bekommen oder was zum Urlaub? Mein Bruder hat ihn mir geschenkt. um? Oh, ja. Und wie hat er sich schon Und wie hat er sich in den einfachen von einem Umfeld hat ihn mir geht. Und wie hat er sich denn als er sich in den einfachen von einem bestimmten dicen. und wir haben ihn mit kindaen. Vielen Dank.